Nach dem jüngsten ORF-Skandal gibt es eine sensationelle neue Postenbesetzung. Und zwar ist die neue niederösterreichische ORF-Chefin Ingrid Thurnherz übernimmt das an von Robert Ziegler, um den es ja wie eingangs erwähnt einen ziemlichen Skandal gegeben hat. Und zwar letzten Freitag, da sind Internet-Chats und Mails bekannt geworden. In diesem Chat hat er angeblich eine Message-Control pro Johanna Mikkel-Leitner gefordert und auch dafür gesorgt, dass er eine ziemlich außergewöhnliche und ziemlich hohe TV-Präsenz im ORF in Niederösterreich hat. Er selbst weist alle diese Vorwürfe zurück, allerdings gab es dann auch sehr viele Rücktritts- und auch Suspendierungsaufforderungen. Der ORF-Generaldirektor Roland Weismann, der ist diesen nicht nachgekommen. Diese Forderungen, die kamen auch intern und zwar zum Beispiel vom ORF-Redaktionsrat, der selbst hat dazu auch betont, er will niemanden vorverurteilen, allerdings eine glaubwürdige Berichterstattung wahren. Roland Weismann allerdings, der hat eine Evaluierungskommission eingeschaltet und hat sich nun dazu entschieden, dass Robert Ziegler eben nun doch ersetzt wird. Seine Nachfolgerin, wie Eingangs auch erwähnt, Ingrid Thurnherr, und das wird auch andere Parteien freuen. Denn andere Parteien, zum Beispiel die Grünen in Niederösterreich, die haben gesagt, dass diese ganze Sache auch besonders im Hinblick auf die Landtagswahl in Niederösterreich ziemlich brisant ist. Da haben die Grünen zum Beispiel einen offenen Brief gesendet an Roland Weismann und haben gemeint, es muss auf jeden Fall die Person Robert Ziegler suspendiert werden. Die FPÖ im Namen von Udo Landbauer, von ihrem Spitzenkandidaten in Niederösterreich für die Landtagswahl, die haben sich nachher ein bisschen extremer dazu geäußert. Die haben zum Beispiel gesagt, das ist ein demokratiepolitischer Supergau und auch ein medienrechtlicher Skandal. Diese Aufforderung zur Suspendierung, dies ist also nun indirekt nachgekommen und Ingrid Thurnherr, wie eingangs erwähnt, das ist nun die neue Chefin vom ORF in Niederösterreich.